Ach, das war My Chronicle! Hm, können wir? Fotoapparat vielleicht? Scheiße! Ich kann nicht! Doch, das geht! Unter dir ist nur Wasser! Ich kann trotzdem nicht! Schon gut, ich lass mir was einfallen! Ähm... Okay, Moment, wir gehen hier nochmal zurück. Ich will ein Fotoapparat mitnehmen. Fotoapparat? Können wir das draußen gelegt eigentlich? Nein, können wir nicht, okay. Wir nehmen auch mal die Hand nochmal mit. Zack! Nein, da hin! Da auf die Gnade, zack! Foto! Stern! Der würde sich gut auf dem Foto machen, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgebuchtet kriege. Warte mal. Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Schade, ich hätte jetzt... Das wäre witzig gewesen, wenn wir das nehmen können. Ähm... Hier! Nimm meine Hand! Das ist nicht deine Hand! Ach ja! Hehehehe! 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 Okay, ähm... Gut, Moment, holen wir mal kurz Kaugummi. Kleingeld in den Kaugummi-Automaten. Hey! Da ist ein Ring drin! Mit etwas Glück? Mist! Ah, verdammt! Kaugummi nehmen! Wir haben noch mehr Kleingeld! Diesmal krieg ich den Ring! Zack! Ah, Mist! Mitnehmen! Nimm zweimal Kaugummi schon! Komm schon, Ringo! Komm, 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 komm! Komm! Komm, komm, komm! 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 Ach, das gibt's doch nicht! Wir haben echt heute nicht unser Glück hier! Achso! Jetzt aber! Ha! Jetzt herbe ich dich! Ich mach mal ein bisschen Kaffee einschenken! Ist jetzt nicht deine Ernte! Möhm! War ja klar! Ah, da liegt der Ring ja! Oh, nee! Hey! Bleib stehen, du Mildenplantage! Ach, das gibt's doch jetzt nicht! Diese blöden Wombats! Immer funken sie einem dazwischen! Echt so! Nervige Wombats! Also dann, Mann gegen Wombat! Ein unsportlicher Watt! Wombat gewinnt! Hey! Warte! Au! Au! Bitte nicht! Andererseits! Wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand! Ich sollte mir ein Publikum besorgen! Ha! Also dann, Mann, ein Hund! Hey! Au! Okay, Moment! Wanderer, ich soll... Wir haben jetzt ein paar Sachen! Können wir vielleicht... Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich gestanden! Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe! Macht ihr mich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin! Ja, fast! Das hier könnte dich unter Umständen interessieren! Unter welchen Umständen? Unter anderen? Bingo! Ha! Lächeln! Das hier könnte dich unter... Unter... Bingo! Okay, nein! Schade! Das hier könnte dich unter... Bingo! Haben wir eigentlich noch irgendwas anderes? Nee, ne? Nö! Damit kennt er sich nicht aus! Damit kennt er sich nicht aus! Da geht es um die hohe Kunst der Romantik! Okay, gehen wir mal zurück und reden nochmal mit Goal! Kaukemi-Automaten! Ich glaube und im... Können wir da vielleicht... Ich glaube und im... Wir brauchen die Dings hier! Die, die, die Kugel! Ich glaube und im... Hm! Ich glaube und im... Okay, nein! Wir haben nur noch den Kaugummi-Automaten! Ja, die Tür! Sollen wir die Bremse mal lösen? Genau darum heißt es Spaß Bremse und nicht Spaß Gaspedal! Ha! Magst du recht haben! Goal! Wir haben ein Zuckerherz für dich! Ein Zuckerherz! Was hast du da? Eine romantische Geste! Ein trockenes, leicht verschimmeltes Lebkuchenherz? Und kommt von Herzen! Mach es nicht noch schlimmer und behalte es einfach! Dann tue ich dir vielleicht den Gefallen und vergesse, dass du mir das gezeigt hast! Hm! Lächel mal! Oh, so wird das nicht! Du musst schon verliebt gucken! Äh... Cletus hatte recht! Ich hätte zuhause bleiben sollen! Ach, herrje! Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Zangengeburt! Zangengeburt? Okay! So, ich will mal kurz warten, bis der Pelikan wieder zurückkommt hier! Haben wir eigentlich noch irgendwas? Ich habe eigentlich nichts mehr gefunden! Lavli-O-Meter oder Lav-O-Meter! Kommt der Pelikan bitte wieder zurück? Oder immer nur dann, wenn ich mit Goal rede! Es klingt für mich, als würdest du... Oh, warte mal! Nein! Ich will nochmal reden! Die Pune an Goal! Bitte kommen! Mäh! Ach, herrje! Die Puten... Ach, herrje! Die Puten... Scheiße! Was hat er denn eben gesagt? Ich habe das... Na, verdammt! Kacke! Ähm... So, wir müssen irgendwie... Den Hammer mitnehmen? Können wir den Hammer nicht mitnehmen? Achterbahn! Nee! Nehmen wir nicht mit! Auch nicht! Hä? Damit! Dafür brauche ich lediglich meine... Und Immunkräftigkeit! Das habe ich ausnahmsfach gemacht! Dann nimm das doch mal! Nimm es in den Mund! Ich kann oder Pupillen gehen nach Feiertag! Hä? Ich würde ja gerne die Augen etwas betonen! Aber dafür müsste sie zunächst mal Augen haben! Man, no! Es lohnt sich nicht spätes... Okay! Es lohnt sich nicht meine... Spätes... Hm! Damit? Mir fallen auf Anhieb tausend Verwendungsmöglichkeiten für dieses Gerät hier ein! Aber das hier ist keine davon! Ja, klar! Okay, Moment! Gelenkstange! Selbstauslöser! Können wir? Dafür braucht... Nein! Okay! Hm! 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 Das ist ein... Magazin! Was liest du da? Das ist die Hetz! Ein Modemagazin für Hüte! Brauchst du es noch? Okay! Dumme Frage! Redest du mit uns? Oh! Okay! Cool! Wer seid ihr eigentlich? Wir sind Legionäre! Wir haben in den Kolonialkriegen in Haldica gekämpft! Aber in den Kolonialkin! Wir sind... Ihr bin ein paar verlorene Seelen ohne aufgabe! Da hätte ich was für euch! Kleiner Tipp! Die Affen tun es um ihre Läuse loszuwerden! Ihr wart im Krieg? Wozu? Wir haben alle an etwas geglaubt. Wenn auch nicht unbedingt an dasselbe. Mike da drüben glaubte an seine Bestimmung. Stocksy glaubte an den Markt. Und ich glaubte, meine Ex-Frau würde mich dann nicht mehr nerven. Was ist passiert? Sie hat die Nummer vom Legionstelefon rausbekommen. Im Krieg verliert jeder irgendwann seinen Glauben. Okay. Leidet ihr unter so einer Art Kriegstrauma? Der Krieg war hart und dreckig. Hart, dreckig und intensiv. Wo soll man hin, wenn man bereits alles erlebt hat? Es geht immer irgendwie weiter. Ich höre deine Worte. Aber du glaubst selbst nicht daran. Vielleicht haben wir mehr gemein, als es den Anschein hat. Können sie sein. Was treibt ihr hier? Abhängen. Es gibt nichts mehr für uns zu tun. Darum beobachten wir den Typ da oben. Er sucht nach einer Erleuchtung. Vielleicht inspiriert er uns ja. Außerdem haben wir gewettet, wie lange es dauert, bis er merkt, dass man ihm unters Laken gucken kann. Okay. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Nein, danke. Wir werden nie wieder an etwas glauben können. Außer der Typ da oben kommt langsam mal zu Potte. Oder natürlich die Werbung für Dr. Übels Tiefkühlcrunchitos. Stimmt. An die glauben wir. Die Alternative wäre undenkbar. Okay. Ich verschwinde, sonst kriege ich noch zu, was du nicht lassen kannst. Und oftmals wichtiger, lass, was du nicht tun kannst. Vielleicht können wir denen ja irgendwie eine Bowlingkugel schenken. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck vielleicht? Auch nicht schäbiger als der alte. So viel steht fest. Lass trotzdem mal stecken. Oh. Vielleicht Kaugummi. Drei Kaugummi. Passt doch. Was ist das? Ein neuer Lebenszweck? Auch nicht schäbiger als der alte. Auch nicht schäbiger als der alte. Schade. Drei Kaugummi für die drei Leute? Was ist das? Ein neuer auch nicht schäbiger als der alte. Irgendwas brauchen die doch sicher. Was ist ein neuer auch nicht schäbiger als der alte. Schade. Was ist ein neuer auch nicht schäbiger als der alte. Schade. Ein neuer auch nicht. Auch nicht. Vielleicht in die Poliermaschine. Was ist ein neuer auch nicht schäbiger als der alte. Okay. So, dann gehen wir nochmal zu den Propheten hier oben hoch. Irgendwie müssen wir denen ja noch helfen. Hier ist nichts mehr. Genau. Okay. Ich benutze hier da viel zu viel die mittlere Maustaste, oder? Das sieht so geil aus. Ähm. Willst du ne Bowlingkugel? Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass er damit überfordert wäre. Aber es hilft. Okay. Hier. Man muss kein Pro... Okay. Hier. Brauchst du einen Tuschkasten? Hm. Später vielleicht. Erstmal muss ich einen Weg aus meiner Schaffenskrise finden. Ja, aber du darfst ja nichts mehr in Stein meißeln. Man muss kein Pro... 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 Okay. Tuschkast ist schon mal... ...ne gute Wahl. ...Jetpacks noch auf Testpiloten. Ja, nicht einmal auf Wenzels Gips am nächsten Tag. Komm schon, lass mich dir helfen. Nein. Okay. Nein. 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 So. Schaut mal, es ist... Ach, Mensch. Okay, dann gehen wir nochmal da lang. Oh, nichts mehr. Hä? Das ist Hauding Lukas. Da müssen wir auch nichts mehr machen. Davon lässt er jetzt die Finger. Stimmt. Er braucht ein Publikum. Damit... Er ist im Spiegellabyrinth-Pakt. Liebes Tunnel haben wir auch nichts mehr. Hier drin ist auch nichts mehr, ne? Tür können wir nochmal zumachen. Vielleicht bringt... Keine Ahnung. Macht keinen Sinn, aber... Weiß nicht. So haben wir hier Platz. Keine Ahnung. Hier oben haben wir nur noch den Stern. Mein Vorhaben. Schade. Den abmalen. Schade. Gaugemi? Mein... Schade. Okay, können wir das nicht irgendwie... Und im Mund. Wir fallen aber da... Nein. Ach, komm. Ach, komm. ein Zeichen zeichnen können. Nein. Oh Mann. Ha. Wie wir sind. Zack. Perfekt. Damit wären außer Grün. Schade. Die muss wohl nochmal... Oh, Moment. Können wir jetzt... Oh, bitte nicht. Bitte sag nicht, dass das wahr ist. Bitte. Nein. Sag nicht. Bitte nicht. Äh... Okay. Ja, sie brauchen noch Haare. Alles klar. Warte mal. Oder ein Hut halt, ne? Oder ein Hut. Hier. Kannst du mir damit... Ich seh... Weil meine... Nein. Ah, weil es eine Bodegugel ist. Ja, okay. Haben wir hier eigentlich noch was? Nee, ne? Nee, nee. Ich habe hier so viel, Alter. So viele Knöpfe. Ha. Ja, das... Hey. Ah. Das geht nicht. Ich hätte halt irgendwie erwartet... Ja, Kleingeld muss da rein. Ja, toll. Wir brauchen irgendwie dieses Kaugelmüt-Ding hier. Irgendwie. Ha. BD-Gun. Können wir... Nicht an. Okay. Das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Können wir das jetzt mitnehmen? Ah. Ja. Echt jetzt? Na, wer hätte das gedacht? Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Offenbar sind Fle... Okay. Noch ist das... Ich will... Haben wir hier eigentlich noch was? Nee. Gut. Moment. Wenn wir ihm... Wenn wir... Wenn wir... Wenn wir... ihm jetzt... Die hier geben. Schau mal. Dein Hut ist total out. Hm. Kein Wunder. Meine Ausgabe von Herz ist über zehn Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier. Nimm. Nein, ich hab aus der Sehne weggekriegt. Verdammt. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Willst du deinen Hut gar nicht ablegen? Nein. In meinem Alter rennt man nicht mehr jedem Trend hinterher. Hüftgelenksarthrose? Hüftgelenksarthrose. Noch ist das eher so... Ich will aber... Okay, Moment. Können wir jetzt irgendwie... Damit wäre im Außer... Irgendwer ist mir zuvor gekommen. Die Models in diesem Magazin haben alle schon dämliche Hüte. Wir haben eine Zeitung. Können wir die Zeitung jetzt irgendwie... Moment, können wir vielleicht... Schau mal. Der Mehrplatz für Stirnfaltenlook ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Als ob. Mützenmodell Ansgar Fleischwut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist... Sag bloß. Oh nie. Sag Cheese Gold. Cheese Gold. Hehe. Perfekt. Cheese Gold. WTF. Hiu. Was kriege ich besser hin? Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Okay. Moment. Nein. Das soll eine Überraschung werden. Frauen lieben Überraschungen. Geht das jetzt? Echt? Oh. Ein Love-Score von Null. So kommst du nie auf das Board of Love, Burschi. Verdammt. Können wir vielleicht was das Herz hier umlegen? Ja. Können wir. Als ob. Okay. Versuche ich es mal. Komm schon. Äh. Das kriege ich besser hin. Das geht immer noch besser. Das sieht super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Nein. Das ist gut.